Zur Winterszeit, als es tiefe Schnee hatte, musste ein armer Junge rausgehen und mit einem Schlitten Holz holen. Als er es zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er, weil er so gefroren hat, noch nicht nach Hause gehen, sondern zuerst ein Feuer machen wollte, um sich daran etwas aufzuwärmen. Da hat er den Schnee weggescharrt und als er zum erdigen Boden gekommen ist, hat er ein kleines, goldiges Schlüssel gefunden. Da hat er natürlich geglaubt, dass dort, wo der Schlüssel ist, dort muss es auch ein Schloss dazugeben. Darum hat er in der Erde gegraben und ein Kästchen aus Eisen gefunden. Oh, wenn dieser Schlüssel nur passt, hat er gedacht, es hat sicher wertvolle Sachen in diesem Kästchen. Er hat gesucht, aber da hat es ja gar kein Schlüsselloch. Da endlich entdeckt er eines. Es war aber so klein, dass man es kaum sah. Er hat den Schlüssel ausprobiert und er hat tiptop gepasst. Da hat er ihn einmal umgedreht und jetzt müssen wir warten, bis er es ganz aufgedreht und der Deku aufgemacht hat. Dann werden wir erfahren, was für wunderbare Sachen in diesem Kästchen gelegen sind. Spannende Musik